Nicht einmal ein Gedicht gelingt mir mehr, geschweige denn ein Mensch, mein Hirn ist länger und meine Eingeweide sind so trocken, dass meine Dünste keine Kuh mehr locken. Es ist leichter einen Menschen machen als ein Klappenhorn, der Mensch braucht jedenfalls weit weniger Zeit, damit er richtig sitze, jedoch erheischt ein Klapphornvers mehr Grütze. Ein Seitenblick des Bettes, Planke kracht, das Wald seufzt auf, dann ist ein Mensch gemacht. Um ein Gedicht auch kindlich nur zu stammeln, muss man oft stundenlang mit Muße rammeln. Was besser ist, die Antwort wird mir schwer, Ich mache weder Kind noch Klapphorn mehr, verzweifelt schlepp ich meines Lebens Bürde, es fehlte nur noch, dass ich schwanger würde.